und ich würde sagen wir gehen einfach rechts mal richtung schlösser oder aus greifen eine spinne böse spinne so ganz gar nicht bin ich aber sagen gehe noch mal kurz ins haus und bei mir hat es gerade gehangen bei mir ist gerade auch die spinne im wasser geschwommen hier pass auf das ist ein haufen creeper so weggebombt hier pfeil und bogen ausgemacht hast du erde hier um das zu reparieren ja ich mache das gerade sollten wir schon ein bisschen reparieren hier war eine tür glaube ich an der stelle müsste es auch eine tür haben bestimmte seite der die komplett kaputt gemacht mache ich mal hier die tür rein so haben wir ein bisschen holz für eine tür ein bisschen holz jawohl hammer oder hast du eine tür im inventar ja ich habe die tür im inventar okay dann tue ich das holz wieder rein muss man dann baue ich hier das restliche einfach mal mit gravel zu wo war die tür hat irgendwie so die tür war da wo ich das loch reingemacht habe wo es doch hier ich kümmere mich hier um den rest dann machen wir halt hier steinhaus bisschen so fertig was mir aber noch nicht gefällt ich mache mal hier bisschen leuchte leuchte dran durch die leuchte liegt auch schon in creeper kopf schneeball auge bogen dich hat gerade irgendwas abgebombt weil ich habe geschossen der spinne abgeschossen wir liegen auch noch erfahrungspunkte die diamanten dass ich hier das knochen tue ich auch wenn es nicht viel sind das tue ich mein feuer stein brauchen wir nicht dann muss der pflasterstein kommt rein so das schaue ich mal was mein food hier macht ich muss ja ein bisschen nur kurz warten bis die fünf fleisch noch gebraten sind dann gehe ich mal so lange rauf und verballe hier meine restlichen steine den restlichen steine ja beziehungsweise die schweiß ich jetzt mal 15 streng aus dem haus du koppel nö im moment eher weniger aber das war war schon recht merkwürdig dass das ist das geräusch von dem piech hier und welchem fiech ach so ja vielleicht war das so ein bär oder sowas aber den habe ich ja schon tot gemacht vielleicht was noch einer wer weiß was brät denn jetzt putz da fleisch fleisch ist jetzt fertig fleisch ist fertig fleisch fleisch ist fertig ja können wir dann los machen was machst du da auch meine blöcke einfach hier blöd hinsetzen planlose bauarbeiten genau dann tue ich hier mal zum schlaß ich will zum schlaß wir können ja noch mal schlafen das ist ein tag da gehen wir dann zum schloss also müssen wir jetzt schlafen weil die sonne geht gerade auf komm ins haus kommen bevor es hell wird einfach mal so um zu schlafen hat es ist doch wieder schön hell jetzt ganz ein fleisch noch mitnehmen vielleicht noch nicht ja fleisch 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 und dann gehen wir mal zum zur burg da haben das interessiert mich jetzt warte 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 hast du mit für fackeln ich habe meine hose wieder an nein was ich ja mitnehmen sollte jetzt habe ich wieder alles eingesammelt was ich weggeschmissen da ab so ich muss jetzt was ich aber mitnehmen sollte sind neue stickys ich habe keine stickys mehr da mache ich mal fix welche so ich weiß jetzt das hier weg nein so jetzt kann es losgehen ich muss ja erst wieder losgehen meine hose ausziehen okay damit ich wieder sachen schmeißen kann ja 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 dann mache ich das nämlich so die klappe zum wie das heißt es fällt ja runter ich weiß das ist ein somber schweiß ich das jetzt einfach hier rein das müsste doch wieder zufrieren was nix so bist du bereit bereit bevor es hier dunkel wird ja ich muss jemand das los davon jetzt ziehe ich meine sachen wieder jetzt kann ich meine hose wieder anziehen hier ohne dass ich wieder sämtlichen scheiß hier einsaug bestimmt das ist ein gorilla gorilla ja das ist ein gorilla das schwarze das ist ja fett hallo kleines übchen hallo er dich angeknurrt hat fuhrpelt der unten ein hat ein so geht jetzt hier rein ich glaube auf der anderen seite bist du hinter mich ja vor dich okay ich glaube da vorne geht es nicht rein weil ich sehe auf der map so leicht von hier hinten den eingang okay sind es eigentlich zwei nebeneinander ja können wir gleich zwei schlösser was da hinten in der ferne sehe ich auch noch einen roten turm roten ja ich sehe den roten monster turm die sind auch selten okay okay und hier scheint es nicht rein zu gehen sind die rein ach hier vorne wahrscheinlich hier vorne ist das dorf genau jede burg hat ja so ein dorf davor das ist wahrscheinlich war da steht da stehen schon goldene wachen der beschießt nicht zum glück habe ich einen pfeil und bogen aufpassen ich schließe mit pfeil und bogen den die sauer ab ab dann müssen wir irgendwie schauen dass man jetzt reinkommen ja von da vorne also immer vom dorf aus kommt man da rein nehme ich an du 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 ich rüste mich mal mit pfeil und bogen aus hier unten muss das sind monsters von das ist das bestand jetzt genau vor mir jetzt habe ich den kopf geschossen nichts die schmeißen fläschchen auf mich jetzt bin ich tot gott na gott sei dank hatten wir einen sparen punkt hier gesetzt ich kann gerade nicht weil das so viele sind kommen am besten mal ganz schnell hierher die sachen die verschwinden ja sind fünf minuten oder so ich muss hier gerade gegen die irgendwie mit dem bogen bestehen und fläschchen auf mich geworfen der arsch alles das sind so zauberfläschchen und gerade wieder irgendwas komische geräusche gemacht hier wo die kommen ja alle hoch ich gegen die erstmal hat man doch alle gar keine chance wo da kommt ja eine ganze armee raus also mir fällt im moment sehr schwer da deine sachen zu holen ich bin schon unterwegs ich stehe gerade an einer günstigen stelle so am berg und die klettern alle hoch und da kann ich sie alle runter kicken das ist so bisschen hier eine vorteilsstelle für mich ich habe sie kann laufen auf der pelle also du kannst hier schön hochkommen äh deine sachen holen die sind gerade alle auf mich fixiert hier die kackpratzen woher 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 die machen viel schaden ja das habe ich auch gemerkt soll ich der mich mal hier kurz in die ecke ziehe meine sachen an woher haut ab haut ab so ich nehme das habe ich jetzt alles und der eine scheint hier irgendwo reingefallen zu sein der eine ist irgendwo hier eingefallen da von hinten kommt er da will er mich von hinten ermolcheln die sau das kann er vergessen ich finde es aber super weil die ganzen viecher die droppen sehr gerne magic essensen ja und ich muss mal wieder eine habe fleisch gekriegt weil du mich direkt abgeknallt der vogel ach das dahinten ist ein choco wo bist du krank hinter dir okay deine sachen liegen noch unten oder hast du schon alle was habe ich denn hier darkness essenz ja die sind ganz gut alle aufheben die brauchen wir die essenz nicht aus diesen rucksack reintun aus diesen essen können wir uns zauberstäbe machen ja ich habe da auch einige am besten ich nehme jetzt das schwert und wir rennen jetzt ins dorf rein und zerkloppen erst mal die ganzen spawner die werden wie das die werden wie das born wie viel ich wenn wir jetzt da rein rennen aber gucken dass das borne auch gleich hier unten geht es rein hier unten ist der eingang voll gemisch so da kommen sie schon auch ach nee die spawner das sind keine richtigen spawner es erscheint nur groß borne einer dann verschwindet das borne am besten mal wenn viele kommen oder dort er hat der herzen herz starb ja der kann sich heilen immer drauf aufgehen ja ich bin hier gerade an zwei anderen dran die behelligen der eine ist tot ich klopfe klopfte hier gerade alle woe was sind das für diesen ding moment wo kommt die legolas aus der entfernung wow jetzt habe ich dich getroffen macht nichts und der reflektiert auch noch meine eine pfeile das ist nicht so schön du sau hau ab ist sehr dunkel drin sollten erst mal fackeln setzen du ich sollte mal ganz kurz raus und mich mal ein bisschen heilen sonst war ja nicht hier aber ich war schon an dir vorbei ja weil ich mich hier gerade um den gekümmert habe ist auf einmal durch die bildfläche geschossen oder sind ziemlich viele drin die unterhalten sich ja aber man kommt mal ganz kurz raus nicht dass die alle auf einmal kommt das sind krippe das sind krippe neben dir dann gehen wir mal kurz raus wir können mal in die häuser hier von denen schauen weil die haben immer in der regel soweit ich war hier okay guck mal hier in jedem haus stehen zum beispiel kuchen die du essen kannst um dich zu heilen sie haben auch in den kisten sehr viel alle lehre ins bett und schlaf oder das ist nicht sehr gut hier das ist keine gute idee hier haben sie nichts drin wo ich habe hier wieder essenzen gekriegt da ja du kannst denn es windessenz macht ich packe jetzt nämlich gleich mal mein rucksack hier rein ich gehe mal das andere haus hier schauen wo die haben hier haufen zeug raw beef eisenbahn goldbahn kohle nehme ich mit eisen nehme ich mit die haben schon ein paar wertvolle geschichten hier bei sich ist auch noch ein haus das ist aber leer sie ist noch ein kleines haus ich habe in einen ofen reingeguckt da waren gleich mal 42 kohle krass hier ist eine kiste in dem haus war ich schon ja aber längste so kisten dass wir so kisten vielleicht nutzen sollten um auch sachen mit rein zu tun verzauberter kripper tot kisten nutzen um sachen rein zu tun ja falls wir verrecken wir müssen einfach nur zeitlich genug abhauen oder so also ich probiere es einfach mal jetzt weil wir sind ja hier in der nähe ich wäre jetzt geheilt ja ich auch und denkt dran wenn zum beispiel viele gegner kommen oder du musst dich verteidigen du kannst auch im rechte maustaste drücken für das schild ja beziehungsweise tut ihr dein schwerter vorhalten da verteidigt man sich so ein bisschen aber lass am besten ich höre es mal ein paar von der entfernung erledigen weil da vorne sind ganz viele guck mal schließlich einfach jetzt kommen sie alle auf einmal das war doch nicht so eine gute entscheidung ich stärke den rücken hier und wenn es dann halt so viel wird verpiss ich mich am besten raus wenn am besten sind jetzt schon sehr viele hallo ich stecke fest ich kann mich nicht mehr bewegen wieso das ich bin einfach festgesteckt schau mal ob du meine sachen vielleicht kriegst wenn ich gerade eine armee von 10 20 solcher viecher hinter mir her wäre sehr gerne also ich schaue dass ich so schnell wie möglich kommen jetzt bin ich tot scheiße das waren zu viele ja das ist ich bin irgendwie leckt das heute